Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Gaming wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich auf jeden Fall die eine Kisten-Challenge, Leute. Darf es sich viele gewünscht haben bei meinem letzten Video, dass ich mal diese eine Kisten-Challenge mache. Und Leute nochmal, jetzt froh ist neues Jahr, wir haben 2019 und danke nochmal für 141 Abonnenten auf meinen Hauptkanal. Ich werde vielleicht heute oder keine Ahnung, wann ihr das Video siehst oder wann ich das online stelle. Auf jeden Fall, ich werde vielleicht bald meine Schwester cranken. Und ja Leute, wir werden auf jeden Fall diese eine Kisten-Challenge jetzt machen. Und die Regel dabei ist, man darf ja automatisch eine Kiste aufmachen. Also man darf am Anfang einfach eine Kiste aufmachen. Und ja, da ist ein Gegner, da ist ein Gegner. Und, 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 ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, okay. Also ich darf jetzt eine weitere Kiste aufmachen, Leute. Weil, ja, da ist einer, da ist schon wieder einer, da ist schon wieder einer. Und, 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 ja, ich hab ihn, ich hab ihn, okay. Leute, äh, 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 Leute, ist, äh, Leute, ist das gerade der Sniper? Ich hab keine Ahnung, ob was das gerade für eine Waffe ist, aber ich glaube, das ist gerade die Sniper, Leute. Und auf jeden Fall, ich darf jetzt, ähm, warte. Also, tschüss, zwei Kills, Alter. War es jetzt schon zwei Kills, Alter? Okay, die, ich darf jetzt das auch aufmachen, weil, ja, ich habe halt gerade jetzt zwei Kills. Okay, auf jeden Fall, wir werden, ich darf jetzt nur die Munition nehmen, wenn eine Waffe irgendwo liegt, dann darf ich sie halt nicht mitnehmen, Leute, weil, äh, ja, weil, ich darf ja nur Sachen von der Kiste nehmen, außer Munition. Okay, okay, so, mal kurz warten. So, das nehme ich jetzt mal mit, ich gehe mal kurz raus. Ich gucke mal dort drüben, ob jemand ist. Ich gucke mal dort drüben. Hier ist niemand. Diese Schritte kommen doch von diesem Haus, oder? Ja, ja, von diesem Haus hier. Hier müsste eigentlich immer einer sein. Warte, spring mal kurz. Ja, okay, hier ist keiner. Da ist diese Munitionkiste, die das aufmachen. So. Okay. Alter, Leute, das Krasse ist, ich habe jetzt schon zwei Kills, Digga. Weil ich hätte eigentlich immer noch keinen Kill gehabt. Ich gehe mal mal in diesem Haus, weil ich denke, die ganze Zeit, da ist jemand. Ich weiß nicht, aber ich gehe mal kurz rein. Diese Geräusche kommt von oben. Von oben ist einer. Ja, da ist einer, da ist einer. Und, 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 ich habe ihn, ich habe ihn, Digga. Ja, Mann, drei Kills, Alter. Ja, Mann. Beste aller Beste. Okay. Ich darf jetzt eine weitere Kiste aufmachen, aber falls ich eine finde, Leute. Okay. So, 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 so. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt runter, Leute. Und, äh, ich hoffe, wir werden überhaupt einen Gegner sehen können. Und da ist Verband. Auf jeden Fall, ich darf den Verband mitnehmen, weil es halt keine Waffe ist. Da ist einer, da ist ja einer. Leute, wenn ich ihn jetzt kenne, darf ich einen weiteren Kiste aufmachen. Warte, Junge, der ist weg, Mann. Soll ich mit dem Sniper schießen? Oh, je. Warte, schieß, 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 Mann. Alter, Leute. Es hat gehängt, Mann. Digga, es hat einfach gehangen. Okay, Leute, wir sehen uns jetzt bei der nächsten Runde. Okay, Leute, Runde 2 beginnt jetzt. Und, äh, auf jeden Fall, Leute, wir werden jetzt wieder bei Tilly Towers gehen. Und, äh, wieder diese Challenge machen, Leute. Und diese, äh, Runde, vorhin war gerade voll geil. Ich hoffe, wir machen, können wieder drei Kills machen, weil das wäre dann richtig nice, Digga. Und da ist einer, der gerade, ja, ein Haus kaputt macht. Hallo. Hallo. Okay, alles klar. Digga, was macht der mit dem Bus? Was macht der mit dem Bus, Digga? Okay, wir gehen jetzt bei Tilly Towers und machen ein paar Kills und werden uns Glück wünschen. Und, Leute, nochmal jetzt, also, ich sag's jetzt schon zum zweiten Mal. Frohes neues Jahr. Ja, ich hoffe, euer Jahr wird gut vergehen. Und, ja, auf jeden Fall, wir werden, wir gehen gerade runter. Und, Leute, falls ihr Bock habt, dass meine Schwester prankt, schreibt es mal in die Kommentare. Und dann, äh, dann, äh, werde ich jetzt auf jeden Fall machen, weil ich habe schon ein Prank geplant. Und wir werden auf jeden Fall bei Big Bang gehen. So, okay, da ist schon wieder einer. Fuck, ich hoffe, ich kriege den. Ich hoffe, ich kriege ihn. Ich hoffe, ich kriege ihn. Ja, ich habe ihn, Mann. Okay, geil, geil. Was, äh, will ich mich gerade machen? Nur eine Waffe? Okay, nur eine Waffe habe ich jetzt gerade bekommen, Leute. Leute, ich schaffe jetzt noch und diese Kiste aufmachen, weil ich, ja, ich habe jetzt gerade, ja, noch ein Kill gemacht. Und deswegen. So, wir gehen jetzt mal runter und versuchen, noch ein Kill zu machen. So. Da ist einer, da ist einer. Ich, ich hoffe, ich kriege ihn, ich hoffe, ich kriege ihn. Nein, nein, nein. Fuck, Leute, sang. So, Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall bei, bei der nächsten Runde. Und, ähm, ja, ich werde auf jeden Fall wieder bei Teletovers, äh, Teletowers, was für Teletovers, oder bei Pleasant Park gehen, Leute. Schreibt mir mal in die Kommentare, was eure Lieblingsstadt ist, Leute. Also, meine Lieblingsstadt ist eigentlich Teletowers und Paradise und Pleasant Park. Aber, ich mag ja am meisten Teletowers und deswegen werden wir auch jetzt bei Teletowers gehen. Weil, da sind auch am meisten Gegner. Okay, warum, 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 warum baut er Pyramiden auf? Okay, egal, Leute, wir werden jetzt bei Teletowers gehen, oder nee? Lass einfach bei Pleasant Park, ja, lass bei Pleasant Park gehen. So, okay. So, okay. Okay, da sehe ich bis jetzt paar Gegner. Ich hoffe, ich hoffe, ich sehe überhaupt irgendwo eine Kiste, Leute. Weil bei Pleasant Park sehe ich so oft keine Kisten. Oh, da ist einer. Alter, fuck. Da ist auch einer. Ja, hier ist niemand, hier ist niemand. Oh, nee, da ist auch einer gegangen. Scheiße, Digga. Versuch ihn mal. Nein, 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 nein. Fuck, es hang.